Gaza im Gaza-Gouwanemat ist die größte Stadt im Gazastreifen, der seit 1994 de jure unter Verwaltung der palästinensischen Autonomiebehörde steht, seit Juni 2007 aber de facto von der Hamas kontrolliert wird. In Gaza befinden sich der Verwaltungssitz der Autonomiebehörde und ein Seehafen am Mittelmeer. Die Bevölkerungszahl wurde 2014 mit 549.070 angegeben. In der Agglomeration leben 1,4 Millionen Menschen. Die Stadt erstreckt sich über etwa 46 Quadratkilometer. Gaza ist eine der am dichtesten besiedelten Städte der Welt. Geschichte Das heutige Gaza wurde über der antiken Stadt erbaut. In der Antike war Gaza bedeutend als Hafenstadt. Das alte Stadtgebiet erstreckte sich quadratisch über ein Quadratkilometer. Gesichert wurde es durch die Lage auf einem Hügel sowie durch eine Stadtmauer mit Toren in den vier Himmelsrichtungen. Von Thutmuses III bis Ramses IV. war Gaza-Verwaltungssitz der Ägypter in Südpalästina, damals Kanaren genannt. Die Küstenstädte Gaza-Ashkelon und Ashdod waren Ende des 12. Jahrhunderts v. chr. noch ägyptische Zentren, bis sie von den Philistern vielleicht im Verlauf des sogenannten Seevölkersturms erobert wurden. Die Philister begründeten einen Fünf-Städte-Bund, die Pentapolis, wobei die Vormacht im Verlauf der Zeit unter den Städten Ashdod, Ashkelon, Ekron, Gate und Gaza wechselte. Die Städte wurden von einzelnen Fürsten regiert. Der ägyptische Einfluss schwand und die Philister übernahmen die Vormacht. Dabei lieferten sich die Philister mit den Israeliten und Kananitern über mehrere Jahrhunderte immer wieder erbitterte Kämpfe, von der biblischen Richterzeit bis zum Beginn der israelitischen Königszeit. Ausgrabungen bezeugen den Verzehr von Schweinefleisch in dieser Zeit. Seit dem frühen 11. Jahrhundert war Gaza unter Kontrolle der Israeliten. Laut der jüdisch-christlichen Tradition war Gaza der Ort der Gefangensetzungsemsens und seines Todes. Aufgrund seiner Lage am Endpunkt der Weihrauchstraße stieg Gaza im 8. Jahrhundert v. chr. zur wichtigsten regionalen Stadt auf. Im 8. und 7. Jahrhundert v. chr. wechselte die Stadt mehrfach den Besitzer. 734 v. chr. wurde die Stadt von den Assyrern unter Tiglet-Pilzer III erobert. Der König richtete in der Stadt ein Karum ein. Die Assyrer nannten Gaza Stadt am Bach von Ägypten. Im Nimrud Prismaründ sich auch Sargon II in Gaza ein Karum eingerichtet zu haben. Hanonu von Gaza rebellierte 720 gegen Sargon II. Er wurde abgesetzt, die Stadt aber nicht zerstört. 609 v. chr. wurde Gaza wieder ägyptisch. 605 viertel fiel sie ans Neu-Babylonische Reich. 505 v. chr. stellte sie sich dem persischen Vormarsch nach Ägypten in den Weg, wurde letztlich aber doch ins Perserreich einverleibt. Unter den Achemeniden genoss Gaza wegen seiner Bedeutung für den Handel mit Arabien weitestgehender Autonomie. Als Alexander der große Gaza während des Alexanderzuges erreichte, leistete die Stadt unter dem persischen Kommandanten Batis Widerstand. Nach zweimonatiger Belagerung wurde Gaza eingenommen. Die Bevölkerung massakriert und Batis mit einem Streitwagen zu Tode geschleift. Nach dem Ende des Alexanderreichs stritten sich die Pitolemer und Seleukiden um Gaza, bis es 200 v. chr. endgültig in seleukidische Hand kam. Zu dieser Zeit begann der wirtschaftliche Niedergang der Stadt, die ihre Rolle als Handelsmetropole nicht zuletzt an Alexandria verlor. Von Alexander Janois wurde die Stadt im Jahr 98 v. chr. völlig zerstört. Von den Römern, insbesondere dem Prokonsul Gabinius, wird Gaza Mitte des 1. Jahrhunderts v. chr. etwas südlich des alten Stadthügels neu aufgebaut. In römischer Zeit war es vor allem für seine Rednerschule berühmt. Im 5. Jahrhundert wurde die Stadt mehrheitlich christlich, aber auch eine jüdische Gemeinde existierte. Seine Bedeutung für den Handel erlangte es nicht wieder. Erst im 7. Jahrhundert nach der Eroberung durch die Araber wurde der Handel mit Mekka entlang der Route der Weihrauchstraße wieder aufgenommen. Die Kreuzfahrer unter Balduini, König von Jerusalem, eroberten die Stadt, die Gadre genannt wurde. Balduin III, vertraute die Stadt, die damals in Ruinen lag, 1152 dem Templerorden an, der sie zu einer starken Festung ausbaute. Durch die Befestigung von Gaza schnitten die Kreuzfahrer die Festungsstadt Ashkelon vom Landweg nach Ägypten ab. Ashkelon war damals das letzte Bollwerk der ägyptischen Fatimiden-Dynastie in Palästina und wurde daraufhin 1153 erobert. 1170 belagerte Saladin erfolglos die Stadt. Nach der Schlacht bei Hattin 1187 wurde sie 1188 schließlich kampflos an Saladin übergeben. Im Austausch gegen den in der Schlacht gefangen genommenen Templer Großmeister Gerard D. Reitfort. 1192 wurde Gaza kurzzeitig von den Teilnehmern des dritten Kreuzzugs unter Richard Löwenherz besetzt, doch 1192 beim Friedensschluss zwischen Richard und Saladin diesem überlassen. Sowohl 1239 als auch 1244 unterlagen die Kreuzfahrer nahe der Stadtmuslimischen Heeren. Unter der Herrschaft der ägyptischen Mameluken-Dynastie wurde Gaza zum Verwaltungssitz für den Küstenstreifen bis nördlich von Caesarea Maritima. Ab dem 15. Jahrhundert wird von einer zahlreichen jüdischen Einwohnerschaft neben Arabischer berichtet. 1799 hielt Napoleon die Stadt für kurze Zeit besetzt. Im Ersten Weltkrieg bauten die Türken hier ihre erste Verteidigungslinie gegen die Briten, die die Stadt nach einem ersten erfolglosen Angriff März-April 1917 schließlich am 7. November des Jahres eroberten. Nach dem Ersten Weltkrieg war der Gaza-Streifen mitsamt der namensgebenden Stadt ein Teil des britischen Mandats Palästina. 1948 wurde dieser von Ägypten besetzt, 1956 von Israel kurzzeitig erobert und stand dann unter ägyptischer Verwaltung. Von November 1956 bis Juni 1967 war die Stadt Gaza Hauptquartier der United Nations Emergency Force. Im Verlauf des Sechstagekriegs wurde der gesamte Gaza-Streifen wiederum durch Israel besetzt und bis 2005 gehalten. Beim Rückzug wurden alle jüdischen Siedlungen aufgelöst, doch übt Israel seither immer noch die Kontrolle über alle Außenverbindungen, über die Luft und über die Seeverbindungen aus. Nach anfänglicher Regierung durch die Fatah kontrolliert seither im Innern die radikal-islamistische Hamas den Gaza-Streifen. Politik Hauptartikel Städtepartnerschaften Gaza unterhält Städtepartnerschaften U.A. mit Barcelona, Turin, Dubai und Tromso Telefon Aviv Bildung In Gaza gibt es mehrere Universitäten, an denen zusammen 28.500 Studentinnen und Studenten eingeschrieben sind, darunter die Al-Aqsa-Universität, die Al-Ajjah-Universität und die Islamische Universität Gaza. Verkehr Gaza-Stadt verfügt über einen kleinen Flughafen 40 Kilometer südlich mit Namen internationaler Flughafen Yassir Arafat an der Grenze zu Ägypten. Aufgrund der israelischen Blockade in der Luft sowie wegen der nicht wieder behobenen Bombardierungsschäden Israels während der zweiten Intifa da ist, er seither nicht mehr in Betrieb. Der Seehafen ist aufgrund häufiger Seeblockaden ebenfalls eingeschränkt oder nicht nutzbar. Heute sind die Gleise der Eisenbahn im Gaza-Streifen größtenteils abgebaut. Söhne der Stadt Prokopius von Gaza Ein spätantiker Sophist Hilarion von Gaza Ein christlicher Asket Einsiedler und Heiliger Zacharias von Mytilene Orthodoxer Kirchenhistoriker Mohammed Ibn Idris Aschafi Ein Abkömmling der Familie des Propheten Mohammed Israel Natschara Ein jüdischer liturgischer Poet Kommentator der hebräischen Bibel Kabbalist und Rabbi von Gaza Shabeta Yitzet V Auch Shabata Yitzet V Ein religionsgelehrter und selbsterklärter Messias aus Smyrna Nathan Benjamin Ben Elisha Halevi Geseish oder Nathan von Gaza Ein Theologe, der durch die Verkündung des Shabeta Yitzet V Als Messias bekannt wurde Abraham Azulay Ein Kabbalist Autor und Kommentator Salah Abdel Shafi Palästinensischer Wirtschaftswissenschaftler und Diplomat Ahmad Yassin Führender Begründer der Organisation Hamas und bis zu seinem Tod ihr geistiger Führer Minderheiten Die Zahl der Christen im Gaza-Streifen liegt zwischen 2000 und 3000 Die katholische Kirche unterhält eine Pfarrkirche, die der heiligen Familie geweiht ist und eine Schule Die Gläubigen werden von Ordensmitgliedern betreut, die der Ordensfamilie des menschgewordenen Wortes angehören Des Weiteren gibt es eine griechisch-orthodoxe Kirche, die anglikanische Diözese von Jerusalem unterhält in Gaza statt das Al-Ali-Areb-Hospital, das einzige christliche Krankenhaus im Gaza-Streifen Auf dem Krankenhausgelände steht die St. Philips-Kirche, deren Dach während der 2. Intifada von einer israelischen Rakete durchbohrt wurde Eine anglikanische Gemeinde existiert jedoch nicht Die 1993 gegründete interkonfessionell arbeitende palästinensische Bibelgesellschaft, deren Hauptsitz sich im Ostteil Jerusalems befindet Unterhält eine Niederlassung in Gaza statt und betreibt dort seit 1999 als Gemeinschaftsprojekt mit der Missionsgesellschaft Open Doors den einzigen christlichen Buchladen im Gaza-Streifen 2006 und 2007 war dieser nach Drohungen und Aufforderungen zur Schließung Ziel zweier Bombenattentate Im Oktober 2007 wurde der Geschäftsführer des Ladens entführt und später ermordet aufgefunden 2008 wurde das christliche Jugendzentrum überfallen und in die Luft gesprengt Im August 1929 wurden sämtliche Juden aus Gaza vertrieben Nachdem Juden bei gewalttätigen Übergriffen durch muslimische Araber ermordet worden waren und die englischen Mandatstruppen die Vertreibung gebilligt hatten, um die Araber zu beschwichtigen Danach kam es von 1946 bis zu einer dreimonatigen Belagerung durch die ägyptische Armee im Jahr 1948 zu einer Wiederbesiedlung des Weilers Käfer Darum durch die Kibbutzbewegung auf von der Jewish Agency erworbenem Land 1970 wurde wiederum ein Außenposten der israelischen Armee errichtet aus dem in den 1980er Jahren eine israelische Siedlung entstand Anschließend stieg die Zahl der Siedlungen im Gazastreifen auf 21 an, in denen bis zur Räumung der Siedlungen im August 2005 etwa 8500 jüdische Israelis lebten Und dann versucht man das auch unter anderem die Aufmerksamkeit und eine gewaltige Übersetzung nach Entwopotung des Falsches Und dann wird das auch mit der Falschips beit relação aus dem in die Untertitel von der Falschipfel